Herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Heute mit Essfehler. Wir haben uns geschminkt und ich habe den Robert geschminkt, ich habe mich geschminkt. Wie ich mich geschminkt habe, habe ich leider nicht gefilmt. Falls ihr das sehen wollt, könnt ihr mir schreiben. Ich hoffe man hört mich überhaupt. Wie ich den Robert geschminkt habe, werdet ihr sehen, wenn ihr auf jeden Fall dran bleibt. Möchtest du noch was sagen? Ja, ich möchte alle grüßen, die dieses Video gerade sehen. Der Robert hat versucht die Kontaktlösen rein zu bekommen, aber hat es noch nie gemacht. Und deshalb hat es beim ersten Mal logischerweise nicht funktioniert. Aber nächstes Mal. Sehr gut. Dein Samuels Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020